Oh, der Maus ist wieder... Oh, okay. Alles wieder cool. What the fuck? Kinder, irgendwie... Irgendwie haben wir keine Verständnisprobleme. Ich wollte nichts Böses tun. Ich will nur dieses schöne Auto haben. So, mit diesem schönen Auto könnt ihr mir auch nicht einholen. Oh. So. Hält mir unser Kopfproblem auch gelöst. Boah, das ist ein richtig schnelles Auto, muss ich sagen. Mir gefällt der Wagen, ey. Da muss ich immer an den Wagen von, äh... Hier, äh, Face-Denken. Vom A-Team. Auch so eine geile Serie. Hab ich, hab ich echt früher gern, sehr gern geguckt. Moment, ich glaub, ich hab'n Fehler gemacht. Ich will sich in vier Leger machen. Jut. Ich bin wörter. Du, moron! Was hast du gedacht? Du, wirst du wissen, was das bedeutet? Wir können alle... I-I-I-I-I-I, der Timer muss auch gest nutriend. Das Raum hat mitgerüstet. Das Problem war eine kühle für die Chirpeole. Dann jemanden hat die Schmerz. Was ist das Problem, Freunde? Mike war supposed to torch in einigen Angelegenheit. Aber er schlägt die Fuser. Und jetzt, die Schmerz sind drauf. Wir müssen auch unsere Stücke aus dieren. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Versetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but... No one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a locker and jump! Good plan. Let's go. Alright. Okay, Lance. Let's get my attention. Da, da. Ich möchte gerne Flash-FM hören. So, sind hier irgendwie ein paar Bullen. Ah, wir sind tatsächlich Bullen. Ich brauche zwei Cops. Michael? Oh, ich brauche zwei Cops. Oh. Oh, ich brauche zwei Cops. Ja, ich brauche zwei Cops. Ja, wir sind nicht 합iös. Wir sind weg. Michael? Oh. Sterne. Oh. Lenz, 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 Lenz. Lenz? Stehst du wieder? Er wurde wieder überfallen. Schoss, der ist so ein Vollidiot, ey. So, kommt mal mit. Hallo, Cops. Okay, das sind zwar mehr als genug, aber... Oh, das ist perfekt. Ein bisschen dichter um die Kroche, doch. Oh, ja, ja, meine auch, meine auch. Und hier steht rein zufällig auch ein Bullen-Auto. Lenz? Ach, du Lenz, du bist so blöd zum Scheißen, ey. Möglicher Blitz beim Kacken-Treffen. Was man noch nicht gesehen hat, äh, am Anfang, wo, ja gut, die Mission, äh, angezeigt wurde, also der Name der Mission, der Statt ist ein Versi- ähm, warte, wie hieß das? Versity Estate, also, so heißt ja unser Haus, ist, dass die Mission, äh, Copland heißt. Das ist ein, ja, ein ganz schön netter Film ist, muss ich sagen. Mit so einigen großen Namen. Wie Sylvester Stallone. Und natürlich Robert De Niro. Oh, das waren fünf Sekunden, ne? So, schön mit der MP. Hey. Lenz! Lenz, du dummes Stück! Kommst du jetzt? Schnell einsteigen, mein Freund. Ach, Lenz, du hast sowieso schon bei mir verkackt, ey, ne? Da denkst du dir auch wahrscheinlich, ja, warum noch irgendwie Punkte versuchen zu machen. Oh, fuck. Oh, fucking fuck. Ah, kein Stück. Glaubst du, das... Interessiert mich? Das tut es eigentlich... Ja, tatsächlich. Oh, fuck. Mit dem waren kommen wir nicht weit. Mit dem waren kommen wir nicht weit. Nein. Der ist so unsteuerbar. Boah. Schnell, Lenz, einsteigen. What the? Okay, zwei Reifen sind auch okay. Bei drei Reifen wird es ein bisschen scheiße. Bei zwei hat er... Okay. Wir haben zwei auf einer Seite. Das bedeutet, wir haben einen kleinen Drall. Ja, so einen kleinen Linksdrall haben wir. Ja, weißt du... Da müssen wir ausdrambollen, wahr? So. Zum hässlichen Grün, ey. Na, besser als nichts, ne? So, irgendwie hab ich's geschafft, diese Laterne mitzunehmen. Also, ich meine, die Ampel. Dass es jetzt eine Laterne oder eine Ampel ist, hab ich nicht hingeguckt. Wahrscheinlich gibt's bald wieder böse Ampel-Flamer. Oder Laterne-Flamer. So. Okay. Ich glaub, ich hab irgendwie schon mal erwähnt, dass man eigentlich auf die Straße gucken sollte. Hier im By-By-City. Ah, na ja. Warum an die eigenen Regeln halten? Erstmal gegen die Wand laufen, ne? Boah, die haben sich transformiert. Sie haben sich fußeln, jetzt. Hey, guck mal durch die Tür. Da ist die Dingens. Ah, wir generieren 5.000. Habt ihr grad gesehen? Wird nicht zurückgespulen und dann anhalten. Durch die Tür hinaus. War nichts zu sehen. So, polizei-form. Erhältlich. 17, 17, 17. 14. Okay, jetzt haben wir diesen Strang dann tatsächlich sogar beendet. Boah, was ist denn hier los? Tommy, es ist mir, Lance. Keep your mouth shut there, Tommy, because I ain't got no time to talk. I ain't interested in what you gotta say. Why should I be? You don't care about me, do you? You gotta look after me a bit better. Give me a spare slice, you know? Hey, Tommy, man. Hey, I'm sorry. It's just that people patronize me all my life. Treat me like a little kid. My brother would do that. Please, man, don't do that. I gotta go. Okay. Okay, Zeitlupentür aufmachen. Okay. Es fing mal schon an Helikopter. Jetzt wissen wir natürlich wieder, wie das geht. Wir haben es wieder gelernt. Nachdem wir es verlernt haben. Das passiert natürlich, wenn man ein paar Spiele mehr gleichzeitig spielt. So. Uh-uh. Der Fläschmer. Aber wir sind nicht, war das nicht eine geile Landung? Ja, das war eine geile Landung. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben eine geile Landung. Vielen Dank.